so level 20 oder folge 20 hoffentlich oder das letzte level für heute danach mache ich da wieder ein bisschen oder ah hä uhre gleich zwei Blümchen hat die da richtig gelohnt hier ich komm jetzt her boah alter macht der mich immer nervös ja genau, stirbt da, ah da kommt da noch einer können nicht einfach alle stimmen ab da drinnen mit dir perfekt, dankeschön oh man, da kommt eben noch einer ja genau, abruf da mit dir hat er geschenkt für dich, officer pack dich ruf da what the fuck äh warum ist hier das Kästchen? ne, rüber laufen geht nicht da fall ich zu tief geht mal so hier hey, drei Blumen euer Rekord das bin ich so richtig geschenk aber kannst du mal bitte sterben oh komm jetzt das ist einfach gut hier oh alter ah, viel gut du 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 ach komm, geht weg du bist dann gehalten, ist das die du ich glöckchen ach, dass wir diese dinger kommen wobei ich persönlich sagen muss genauso wie die unterfallen bin ich jetzt gar nicht so schwer vor allem große klötze sieht man ja richtig dass sie da sind bei den zapfen da kann man die wenn man relativ unaufmerksam ist kann man die schon mal übersehen aber diese großen klötze ist aber eigentlich schwierig ist dabei eher die dinge auszulösen wenn man irgendwo hin möchte so wie jetzt hier zum beispiel das ist vielleicht das einzige was ein bisschen schwieriger werden könnte aber auch auch abgeschossen abgeschossen haben komm ich schaffe ich das gibt es nicht raus das gibt es doch gar nicht gesamte level neu wie sollen wir nicht schaffen alles verkackt ja komm ja 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 Lass die Portion. Boing. Boing. Gleichtaktion. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe es schon wieder hier. der sprung habe ich schon geschafft und jetzt habe ich noch mal geschafft ich weiß doch gerade gar nicht warum ich die ganzen Punkte hier überhaupt sammle, normalerweise interessiert mich die Punkte gar nicht na komm Dankeschön ich mach mal richtig safe strategy also gar nichts Mann das gibt es doch gar nicht, das ist doch scheiße das ist doch Bullshit da muss ich hin ich geh doch mal hoch hier und dann rein ist er hier das ist ja hier echt zum Beispiel zu melden eine schöne 20. Folge erstmal hier über Länge Wink 3 mal neu verdienen da komm noch hin ja komm komm boah alter äh äh was ist denn denn los was ist denn denn los war doch klar alter guck mal was ist denn los ach Mann jetzt ist es aber gut hier na komm äh oh 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 Das war's für heute. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Da komm ich auch wieder nicht raus. Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist echt. Ne, das ist ja... So, jetzt warten wir. Ich glaube, am nächsten Mal versuchen wir die Tentrale hier nicht, der dort nicht zu lange. Ist ja schlimm. Oh, da fand ich die Tentrale vergessen. Ah ja. Ja, siehst du? Da ist jetzt, weil ich sympathisch, wenn man einfach rauf springt, geht er los. Und wenn er halt steht, dann wird er wieder zum Normalen. Nur eben. Ich dachte, wenn er rumspringt, dass er immer langsamer wird. Und dann wird er auch irgendwann zu dieser normalen Form. Aber ich weiß heute nicht mehr, welches Spiel das war. So, jetzt wieder aufpassen. So, jetzt wieder aufpassen. So. 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 So, wo springen wir jetzt, wie am besten, eigentlich müsste ich ganz nach oben, nur ich komm nicht nach ganz oben, wie soll ich denn bis dahin kommen, gibt es irgendwelche Dinge, die man hier aktivieren kann wieder? Nee, ich hab echt keinen Plan, naja, was soll's, das ist nicht so was von Wahnsinn, ich glaub das wird die erste Folge genau so lang wie diese Folge, einfach mal eine halbe Stunde länger, ja definitiv, das wird die Idee effektiv, oh man, komm, 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 wir schicken auf, hier auf die laue, komm, 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 komm komm, komm ich Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Jetzt kann ich doch hier gar nicht springen. Ne, kann ich vergessen. Jetzt bin ich wieder hier. Wow, geschafft, endlich mal. Wir haben gerade mal zwei Minuten gebraucht. Ich glaub zwar kommt, dass es halt realistisch ist. Ich hab's mal, wir haben zwei Stunden gebraucht. Mal gucken. Ja. 15 Minuten, heilige Kacke. Ja, unter Linux kann man auch Folgen angucken, während man sie aufnimmt. Ein Hoch auf FFMPEG, ein Hoch auf MPEG-Videodateien und ein Hoch auf Linux. Linus. Schautet vor. Das war's für heute.